Es ist schon ohne viel Action irgendwie ein recht spektakuläres Bild, Sven Stohn. Es sieht ein bisschen so aus, als wäre ein aufgeschnittener Bus hier irgendwie im Wasser gelandet. Was genau ist das Szenario, das wir hier sehen? Ja, so ein Bus ist es nicht. Es ist in der Tat ein aufgeschnittener Hubschrauber. Wir trainieren hier mit unseren Ausbildern die Helikopter-Underwater-Escape-Training. Das heißt, in verschiedenen Stufen lernen die Probanden hier, wie sie sich aus einem abgestürzten Hubschrauber im Notfall retten können. Da wird jetzt laut gerufen, Moritz ist der Mann an Land sozusagen, der hier einmal zeigt, oder die Verbindung sozusagen hält. Jetzt sehen wir, es haben die Probanden, nämlich ihre Kollegen Platz genommen. Ein NDR-Tauch-Team ist heute auch dabei, damit wir die spektakulären Bilder kriegen. Und das Szenario, was man sich dazu im Ernstfall vorstellen könnte, wäre ein Hubschrauber, der beispielsweise unterwegs ist zu einer Windkraftanlage? Eine Bohrinsel, Windkraftanlage, genau. Also alle Menschen, die mit Hubschraubern zur Arbeit geflogen werden, was immer mehr sind. Das können, wie gesagt, Menschen auf Bohrinseln sein, Windkraftanlagen, aber auch Behördenvertreter. Es können Lotsen sein. Die brauchen so ein Training, um im Notfall richtig reagieren zu können. Und jetzt geht's runter? Genau, jetzt geht's runter. Erst langsam, gleich wird's ein bisschen schneller, wenn der Helikopter, wenn die Kanzel das Wasser berührt. Und... Naja, okay, das ist schon flott da. Jetzt bereiten sich die Teilnehmer schon auf den Ausstieg vor. Hier in unserem Training halten sie gerade Luft an. Die Kappen... Das müssen die jetzt auch, ne? Oder haben die eine Unterstützung irgendwie jetzt in ihrer Montur? In unseren echten Trainings, hier trainieren wir ja gerade mit unseren Ausbildern, in den echten Trainings hätten die in der Tat eine externe Atemversorgung. Spektakulär. Und dann geht's doch so wahnsinnig schnell, ne? Herr Stohn, vielen Dank, dass wir diese Einblicke mal kriegen konnten. Die wenigsten von uns werden zu ihren Kunden gehören, aber zumindest haben wir so mal einen Eindruck bekommen, den man als Privatmensch sonst nicht kriegen würde. Sehr gerne. Dankeschön. Ich bin total geflasht. Dankeschön. 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 Dankeschön.